Leute, wir sind schon bei Ausgabe 25 und es gibt wieder fünf richtig coole Fragen und ich würde sagen, wir stürzen uns da einfach mal rein. Ihr ansonsten habt immer die Möglichkeit, hier unten in der Infobox die Infobox aufzuklappen, da findet ihr sämtliche Informationen drin. Mittlerweile werden auch die Thumbs hier, die Vorschaubilder von teilweise Leuten spendiert aus der Tiny Venoms Community und die Leute, die hier ihre Fragen mit Mitgliedschaften stellen, werden entsprechend auch so markiert. Freue ich mich sehr drüber, also würde ich sagen, kommen wir zur ersten Frage. René schreibt, meine ich bin eigentlich gar kein Netz, wundere mich warum oder ob ich wohl etwas falsch mache. Bei dieser Frage ging es darum, oder diesem Kommentar war unter einem Video von der Chromatopelma Cianeo Pobestens von mir und ich kann dir eins sagen, ich kann dir aus der Ferne nicht sagen, ob du etwas falsch machst oder ob die Spinne einfach nicht spinnt. Ich kann dir aber sagen, dass ein Bekannter von mir, vielleicht gibt er sich hier zu erkennen mit einem Kommentar, wenn er es sieht, mal gucken, wenn ich stupse, ich ihn vielleicht drauf, hat auch drei Tiere da sitzen, in gleich eingerichteten Terrarien, sehr großer Chromatopelma Fan und ein Tier davon spinnt nicht. Oder ich sage mal, im Gegensatz zu den anderen beiden, sehr, sehr, sehr wenig, zurückhaltend. Alles drei Mädels, nicht aus einem Kokon, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, haben aber ein ungefähr gleiches Alter in etwa. Also mehr als zwei Jahre sind da definitiv nicht dazwischen, meines Wissens. Und von daher, so oder so. Also müsstest du dich jetzt irgendwie zu Wort melden, mal gucken, hast du genug Ankerpunkte, hat die Spinne überhaupt die Möglichkeit, tatsächlich flächig zu spinnen? Ich meine eigentlich immer ja, die sind deutlich besser als Architekten geeignet, als wir es sind, aber die machen sich das halt schon immer so. Und ich gehe auch davon aus, dass du Einrichtungen hast, von daher würde ich da jetzt erstmal nicht so viel drauf geben. Ansonsten melde dich gerne hier einmal bei der Tiny Vendoms Community, Terroristik Community bei Facebook und dann kannst du mal Bilder posten oder vielleicht hast du es auch schon getan, dann verlinke mich gerne nochmal drauf. Bitte auch wirklich nur bei der Community, eine persönliche Nachricht werde ich wahrscheinlich sehr spät erst lesen und die beantworte ich ja teilweise gar nicht mehr so richtig oder kann es gar nicht mehr zeitlich schaffen in einem angemessenen Rahmen, ja. Und da ist so, dass das halt hinten überfällt. Bei Community scrolle ich immer so durch und wie gesagt, wenn du mich da verlinkst mit oder so, dann nehme ich mir auf jeden Fall die Zeit, weil dann haben wir auch alle was davon. Aber eins zu eins ist sehr schwierig. Aus den hier genannten Gründen, für alle, die mich persönlich anschreiben oder angeschrieben haben, hier reinklicken, ja. Ja, ansonsten vielen Dank. Mario, hier noch gar nicht mit dem Beisatz seiner Mitgliedschaft, aber ich markiere es trotzdem hier, weil ich weiß, dass er Mitglied ist und ein Mitgliedsstatus im Kokon ist. Jeder beginnt hier mit dem Mitgliedsstatus im Kokon, so auch ich und auch Mario. Hallo, ich habe ein adultes Monozentrum-Posball-Furi-Weibchen. Die letzte Häutung ist circa vor acht Monaten gewesen. Würdest du sie jetzt verpaaren oder die nächste Häutung abwarten? Oh, Mario, was soll ich dir jetzt raten? Also, gute Frage. Nach acht Monaten kann es sein, dass das Tier sich nächste Woche häutet. Es kann aber auch sein, dass sie sich erst in weiteren vier Monaten häutet. Es kann auch sein, dass sie vorher einen Kokon baut, wenn du sie jetzt verpaaren solltest. Deswegen sage ich dir, setz das Männchen dazu. Weil was willst du sonst mit einem Männchen machen, wenn du es jetzt hast? Ja, also bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Willst du dir erst ein Männchen besorgen und bekommst auch eins relativ einfach? Ja, würde ich auch machen. Krampfhaft auf die Suche zu gehen und sagen, ich suche jetzt hier ein Männchen Monozentrum-Posball-Furi, würde ich wahrscheinlich dann eher weniger machen. In Anbetracht der Tatsache, dass sie sich dann erhäutet und würde diesem... Je nachdem, welchen Antrieb du hast. Wenn du sagst, ich möchte jetzt unbedingt, wäre ich der Letzte, der dich davon abhält. Ich persönlich, wenn jetzt nicht der Schuh drückt oder sage mir, ja, kannst du mal machen. Na dann, ne? Also, warum nicht? Susanne schreibt, hallo Dennis, wieder ein sehr schönes, informatives Video. Ich hätte da auch nochmal eine Frage zur Bodenpolizei, in Klammern weiße Asseln. Kann ich diese schon zu den Jungtieren in Heimchendosen geben? In große Terrarien kann ich die bedenkenlos geben oder kann sowas dann überhand nehmen? In Klammern Vermehrung und den Tieren Schaden, also den Spinnen. Vielen Dank im Voraus für deine Antwort. Mach weiter so, bleib gesund und liebe Grüße von Susanne aus Thüringen. Hallo Susanne aus Thüringen. Und ja, du kannst natürlich deine Asseln auch schon mit in die Heimchendosen packen. Sie laufen natürlich Gefahr, dass sie von den Slings als Futter erkannt werden und auch dann geschlagen werden, also dann gefressen werden. Überhand kann er es nicht nehmen. Also, das Angebot von Futter und so reglementiert ja auch, wie weit so ein Bestand ausufert. Und ich habe persönlich noch nie davon gehört, dass irgendwie ein Terrarium so gut lief, dass die Bodenpolizei dort so präsent war, dass man gar keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen hat. Von daher halte dich, was das angeht, einfach weniger zurück. Mach die da rein und meistens, wenn du es durchtrocknen lässt oder so, dann passiert im Endeffekt auch nichts. Wie gesagt, bei den Kleinen musst du dich damit abfinden, dass sie die dann fressen. Ich finde das eigentlich ganz attraktiv. Sie jagen die dann, haben ein stetiges Futterangebot und wir wollen doch auch, dass die Slings mal ein bisschen Fleisch an Knochen bekommen und von daher kein Problem. Also, ich würde es noch reingeben. Nico oder auch Honeybee23. Ja, je nachdem, wo ich den Screenshot mache, steht halt der oder der Name dort. Hat auch eine Mitgliedschaft, möchte ich auch hier vorheben und wird auch hier mit dem Status Kokoggen quasi benannt und ab sofort steht er ja auch bei dir hinter dem Namen, unter jedem Kommentar. Hallo Dennis, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich habe eine Tetocatel Albopilosos Nicaragua Sling 1,5 cm groß. Dieser sitzt noch in einer kleinen Kritterbox und diese steht im Terrarium. Im Terrarium herrschen ca. 28 bis 30 Grad. Der Spinne scheint es zu gefallen, aber ich denke, das wird langsam zu groß für die Kritterbox. Jetzt zu meiner Frage, ist es ein zu großer Schock von den Temperaturen her, wenn ich sie dann in eine Dose außerhalb des Terrariums umsiedle? Ich denke, für ein Endterrarium ist sie dann doch einfach zu klein. Habe sie in der zweiten bis dritten Fresshaut bekommen. Sie hat sich seitdem zweimal gehäutet. Also Nico, relativ einfach, das Klima sollte bei Kleintieren sowie bei großen Tieren auch stimmen. Hast du jetzt diese kleine Box in einem Terrarium, wo 28 bis 30 Grad drin sind, stehen mit einer Wärmequelle, dann hast du natürlich auch einen Temperaturabfall. Also hast du die Spinne weiter links stehen, steht sie wahrscheinlich bei 25 Grad. Hast du sie weiter rechts bei der Energiequelle stehen, hat sie wahrscheinlich 28, 30 Grad oder sowas. Also oder weiter oben, weiter unten. Kannst du dir aussuchen. Im Endeffekt sollte das letztendlich stimmen. Nein, ich würde nicht sagen, dass sie einen Schock erhält, sondern solltest sie dann natürlich umsiedeln in ein größeres Terrarium. Gibt auch hier übrigens ein Video dazu, ob das Terrarium mitwachsen muss oder ob Vogelspinnen tatsächlich gleich in ein Endterrarium können. Das kannst du dir vielleicht mal anschauen. Danach kannst du dir eine Meinung machen, für was du dich vielleicht entscheidest. Vielleicht helfe ich dir ein bisschen bei dieser Entscheidungsfindung. Ansonsten würde ich das Tier entsprechend so setzen, dass es einer angemessenen Größe ist für dich, so wie du dir das dann vornimmst. Und entsprechend die Temperatur sollte natürlich dann auch dementsprechend dem Tier richtig gewidmet werden und dann auch richtig anliegen. Also von daher, nein, ich würde da jetzt kein Hexenwerk draus machen, sondern genau so, wie du es gerade dann für nötig hältst und für dich entscheidest. Ehrenler schreibt, Frage für die Dienstag-Ausgabe. Wenn in der Schabenzucht Buckelfliegen sind und auch so komische Larven, soll ich die Box reinigen und die Schaben an meine Spinnen verfüttern oder lieber die Zucht auf der artgerechten Art entsorgen? Wie ich sie am besten artgerecht entsorge, weiß ich noch nicht. Vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben. Ja, Buckelfliegen ist gerade so eins der Top-Themen. Hump stand wieder vor der Tür und irgendwie kommen dann bei den Schlangen immer wieder Milben mal zum Vorschein und bei unseren Futterinsekten Buckelfliegen. Ich kann dir sagen, wie ich das meine oder auch mache. Buckelfliegen wollen wir nicht haben und Buckelfliegen kommen aus der Hölle. Fakt eins. Fakt zwei ist, sollte man einen ganzen Schabenzuchtbestand killen, ja, sollte man den killen und alles wegmachen, werden dir manche aus dem Bereich der Terroristik sagen, ja. Ich sage dir, nein. Warum? Wenn ein Futtertierzüchter Buckelfliegen in seiner Schabenzucht hat, dann wird er nicht hergehen und wird die ganzen Schaben irgendwie wegmachen, so sind die ja dann auch irgendwie nach Hause gekommen. Und eine Buckelfliege heißt ja nicht auch immer gleich eine, ein Nematodenbefall, irgendwie ein Parasit im Haus oder sowas. Ich sage dir eins, mach mal den Mix aus beidem. Ich habe selbst nämlich schon Buckelfliegen in meiner Schabenbox gehabt oder was auch immer. Das kam auch schon mal vor, wo die herkamen, wahrscheinlich von draußen. Was die machen wollten, sauber wollten die machen, nämlich die toten Tiere wollten die da wegräumen und da sind die drangegangen. Also Sauberkeit spielt eine signifikante Rolle. Sauberkeit ist das A und O bei unseren Futterinsekten. Und von daher empfehle ich dir jetzt erstmal eins, kill die nicht alle, sondern nimm einen gesunden, quickfidelen Anteil da raus und entsorge dann den Rest. Mach den dann weg. Diese kleinen Würmer, die du da siehst, das werden wahrscheinlich Maden sein, nämlich die Maden einer Buckelfliege, ja. Und die sie dann in diese Tiere reingelegt hat. Und von daher würde ich jetzt erstmal schauen, nimm einen gehörigen Anteil raus, wirklich Futterinsekten bzw. auch Schaben, hier beziehst du dich drauf, die wirklich gut aussehen und separiere die in einer neuen Box und mach den Rest weg. Mach den Rest weg, spüre das aus, desinfiziere das, lass erstmal die Box irgendwo stehen. So, diese Schaben, die du da hast, die beobachtest du dann erstmal, fütterst sie in deinem normalen Tonus, im normalen Rhythmus und guckst, habe ich da gleich wieder Buckelfliegen dran oder sterben die Tiere alle weg. Wenn die Tiere anfangen weg zu sterben in Serie, entsorge das. Entwickelt sich daraus ein frischer Bestand ohne Buckelfliegen, ohne Tiere, die einfach vor sich hin krepieren, ja. Und wo auch Maden rauskommen oder sonst irgendwas, dann hast du eigentlich dir einen neuen Bestand geschaffen. Und das solltest du machen. Also man sollte dann nicht zu voreilig sein. Kann sein, dass mir jetzt einer schon wieder ins Gesicht springen möchte oder so. Aber Leute, denkt drüber nach. Ich habe ja auch in der Vergangenheit gesagt, Futtertierbestände, Futterinsekten respektive, haben aus meiner Sicht alle Anbieter. Also ich kaufe ja zum Beispiel seit auch den 90ern schon bei einem bis heute Futterinsekten auch immer mal wieder woanders. Ich habe euch letztens gefragt, wo soll ich mal Futterinsekten bestellen. Ja, auch das könnt ihr gerne hier drunter schreiben, wo ich mal welche bestellen soll. Ansonsten gibt es hier in der Abteilung Community in dem Reiter auf dem Kanal eine Frage. Dazu könnt ihr auch drunter schreiben. Schreibt es irgendwo drunter, wo ihr wollt. Gibt es immer mal einen Dip mit Tiefen, wo ich nicht so zufrieden bin. Und das hat bisher wirklich jede Quelle schon gehabt, die ich hatte. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Sollte man niemanden vorwerfen. Von daher mach es so, wie ich es dir gesagt habe. So würde ich es machen. Was anderes kann ich dir nicht empfehlen. Und dann lass mich, auch uns gerne wissen, hat das etwas gebracht und ja. Oder hattest du wieder Buckelfliegen? Das ist der Punkt, an dem ich jetzt wirklich interessiert bin. Und dann lass mal horchen. Und wie gesagt, bei dem anderen, stellt euch das nicht zu romantisch vor. Ihr kriegt die Schaben nach Hause geliefert und ihr wisst da nicht tatsächlich, wo die geboren sind, unter welchen Umständen, was die zu fressen bekommen oder oder oder. Erzählen kann man immer viel. Ist auch kein Vorwurf an irgendwie jemanden. Aber im Grunde genommen wissen wir ja nicht. Weil die Wurst, die Bratwurst, die ihr euch dann mittags in die Pfanne haut oder auf den Grill legt, da wisst ihr letztendlich auch nicht, was drin ist. Man erzählt euch immer, was drin ist. Aber es ist auch so, es gab schon einige Sachen hier in den Nachrichten, die aufgedeckt haben, dass da vielleicht Sachen drin sind, die man nicht haben möchte, essen möchte. Das ist ja grundsätzlich ein Thema bei den Lebensmitteln. Und so auch wahrscheinlich bei den Futterinsekten. Wieso sollte es da besser sein? Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Was soll ich sagen? Coole Fragen. Wie gesagt, die Fragen, nehmt die immer selber gerne mit auf. Beantwortet sie ja. Euer Senf ist ja auch gefragt. Absolut. Dafür ist der Kanal da. Und ansonsten euch alles Gute. Bleibt gesund und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Wir lesen uns hier in den Kommentaren. .